Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 2. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 665 und ich habe heute vier Themen mit für euch dabei. King of Cash, AR, 30 Jahre und Pokémon Go. Ich beginne gleich mit dem geliebten Cash. Apple ist nicht nur die Übermacht des iPhones losgeworden mit den neuesten Zahlen aus dem Quartal. Ich habe euch ja berichtet, wann war das? Vor zwei Tagen glaube ich, dass das iPhone nicht mehr mal die Hälfte vom ganzen Unternehmensgewinn ausmacht. Und ja, jetzt hat Apple noch einen weiteren Rekord verlassen und zwar die Firma mit dem meisten Bargeldvermögen. Damals noch 167 Milliarden, heute sind es oder in den neuesten Quartalsergebnissen sind es anscheinend 102 Milliarden. Überholt wurden sie von Google mit 117 Milliarden, also nicht genau Google, sondern Alphabet, also das, was über Google und all den anderen lustigen Firmen drüber steht. Und ja, der Grund, weshalb das passiert ist, vor kurzem hat ja Trump die ganze Geschichte gelöckert mit dem Geld zurückholen in die Staaten. Hatte die Zinsen oder den Steuersatz von 35% auf 15,5% gesenkt und somit konnte Apple günstiger das Geld zurück in die Staaten holen. Weiter geht es mit Apple und dem Thema AR. Da kommt ja immer wieder mal das Thema mit dem Glas, also mit den Brillen hervor. Und wahrscheinlich werden wir bis zum nächsten WWDC, welcher ja am nächsten Sommer ist, viele, viele, viele weitere Gerüchte in diese Richtung hören. Denn Apple hat wieder mal was getan, und zwar sein Entwicklerteam, was die Augment Reality-Bereich betrifft, verstärkt. Und eine interne Softwareentwicklung, also einen grossen Namen, Kim Vorrat, hat sie da mit dazu geholt unter der Leitung von Mike Rockwell. Und die beiden machen jetzt da im Bereich AR einiges vorwärts. Wir dürfen gespannt sein, was da kommt. An der WWDC diesen Jahres, also 2019, haben sie ja ARKit 3 vorgestellt. Und ja, auch das hat wieder nach einer Brille geschrien, wenn ihr mich fragt. Aber ja, weiter geht's mit dem gestrigen Tag. Gestern war ja der 1. August und nicht nur der Geburtstag von der Schweiz, sondern auch am 1. August 1989 kam die erste Microsoft Office-Paket oder das erste Microsoft Office-Paket auf dem Markt. Word, Excel, PowerPoint und Mail waren damals in dem Paket inbegriffen. Und damals durfte man 850 US-Dollar dafür bezahlen, was in heutiger Währung so circa etwa 1.300 Dollar wären. Und das ist nicht wenig, wenn man bedenkt. Und wo holt man das Geld am besten her? Da, wo die zahlungskräftigsten Kunden sind. Und das waren anscheinend damals schon die Mac-Kunden. Also damals noch Macintosh OS. Wie hieß das damals doch? Macintosh OS? Ich weiss es nicht mehr. Ich habe zwar hier links von mir zwei von den alten Kisten stehen, aber mein Gott, ich werde alt. Auf jeden Fall, das Paket kam wie gesagt zuerst auf den Mac raus, bevor es dann auf Windows kam. Und der Grund ist relativ einfach. Es gibt eine interne E-Mail von Bill Gates von damals, wo geschrieben wurde, dass die Plattform viel weniger kritisch ist für das Windows-Geschäft. Und somit er auf der Mac-Plattform viel mehr experimentieren kann und ausprobieren kann. Und dass viele der Trends, die auf der Mac-Plattform damals erschienen sind, dann später eh auch auf die Windows-Welt eingegangen sind oder übergegangen sind. Und ja, an dem hat sich aber auch nicht viel geändert, wenn man so in den App-Store von heutiger Zeit zurückblickt. Aber wie gesagt, herzliche Gratulation Microsoft 30 Jahre Office. Das ist ein Paket, was ich auch heute noch ganz fleissig nutze, auch wenn heute aus der Cloud. Aus der Cloud kommen sie auch her, die ganzen Pokémon. Pokémon Go hat einen neuen Rekord zu verzeichnen und zwar derjenige, dass sie es jetzt geschafft haben, über alle Plattformen, wo es das Spiel gibt, eine Milliarde Downloads zu generieren. Das heisst auf iOS, Android und wo es das überall noch so gibt. Ja, nicht schlecht. Somit ist das Spiel eines der erfolgreichsten mobilen Spiele, was es bis jetzt gegeben hat und ein Riesenerfolg unter anderem natürlich für Niantic und für Nintendo. Herzliche Gratulation und mal schauen, ob es Harry Potter auch so weit schafft. Gibt es noch Harry Potter-Spieler da draussen? Zumindest die Beiträge im Pogipsi-Blog werden noch fleissig geklickt. Von dem her gehe ich mal davon aus, dass das der Fall ist. Ansonsten, ja, euch viel Spass damit. Und meine Woche ist jetzt mittlerweile auch wieder rum. Ab nächster Woche ist wieder Achim für euch da, obwohl nie ganz kurz. Stimmt nicht ganz. Den Montag werde ich noch für den Achim machen. Er ist ja aktuell auf dem Wacken. Wer die Geek Talk News gehört hat, weiss das unterwegs und kommt erst am Montag nach Hause. Somit werde ich das für ihn übernehmen. Und dann, ja, soweit halt für euch. Bis dahin ein schönes und erfolgreiches, erholsames und was auch immer Wochenende. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.